Hallo, was ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte? Eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist eine Wahrscheinlichkeit, wie wir sie kennen, aber in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel, wir kennen die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 ist. Bei einem Würfel zum Beispiel, da könnte man jetzt sagen, bei einem Würfel 1 Sechstel. Die Wahrscheinlichkeitsdichte wäre dann sowas wie, nicht in Bezug auf den Würfel, aber zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert unserer Zufallsvariablen x zwischen 1 und 2 liegt zum Beispiel. Und da würde dann auch irgendein Wert rauskommen. Das hier ist die Wahrscheinlichkeitsdichte und das hier ist die Wahrscheinlichkeit. So, 35 Sekunden, Video kann ich eigentlich beenden. Was jetzt aber noch wichtig wird, ist, wo benutzt man denn die Wahrscheinlichkeitsdichte? Dafür, der die das kleine Cheatsheet hier oben, wenn wir eine diskrete Zufallsvariable haben, zum Beispiel einen Würfel, dann benutzen wir die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass die 1 fällt. Oder man könnte auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich 1 oder, ich mache es mal so, x gleich 2 ist. Das ist immer noch eine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeitsdichte. Wenn wir aber eine stetige Zufallsvariable haben, das heißt eine Zahl, die alle möglichen Zahlen zum Beispiel im Bereich von 1 bis 2 annehmen kann, alle Reellenzahlen, da gibt es ja unendlich viele, dann benutzen wir die Wahrscheinlichkeitsdichte. Das Ganze jetzt nochmal ein bisschen visueller. Wenn wir einen Würfel haben, wir sagen mal, unser Würfel der Einfachheit halber hat nur drei Seiten, dann haben wir ja so hier unsere Wahrscheinlichkeit, wenn da keine gezinkte Würfel ist, das ist alles gleich. Wir haben zum Beispiel die 1, die 2 und die 3. Wenn wir jetzt aber, so, ich schreibe mal einen Würfel dazu, so. Wenn wir jetzt aber eine stetige Zufallsvariable haben, dann kann das ja so aussehen zum Beispiel. Das kann ja unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung sein. Beim Würfel sieht unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung so aus, hier sieht unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung so aus. Und wenn wir jetzt beim Würfel fragen, hier beim Würfel fragen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die 1 kommt, dann fragen wir, wie hoch ist dieser Wert? Wie hoch ist dieser Wert? Wenn wir jetzt von der Wahrscheinlichkeitsdichte reden, ich mache mal so einen Pfeil hier hin, dann fragen wir zum Beispiel, sagen wir, wo ist hier die 0 und hier ist zum Beispiel die 1. Und wir fragen jetzt, achso, und ich habe aber 2 gemacht, so. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwischen 1 und 2 liegen? Dann wollen wir diesmal nicht die Höhe haben, sondern diesmal wollen wir die Fläche haben. Das heißt, die Fläche gibt diesen Wert an. Die Fläche gibt uns an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass unsere Zufallsvariable x zwischen 1 und 2 liegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, diese Kurve hier ist angegeben durch eine Funktion, die wir px nennen, üblicherweise wird die px genannt, dann können wir diesen Bereich nämlich auch berechnen. So, ich muss das Ganze mal ein bisschen kleiner machen hier, wir sind am Ende. Dann können wir nämlich einfach integrieren von 1 bis 2 die Funktion x nach dx. Das ist, wie das berechnet werden würde hier. Beim Würfel ist es also ein bisschen anders. Beim Würfel guckt man sich die Höhe an und hier guckt man sich die Fläche unter der Kurve an. Bei der Wahrscheinlichkeit guckt man sich die Höhe an und bei der Wahrscheinlichkeitsdichte guckt man sich, wie gesagt, die Fläche unter der Kurve an. Das ist, wo die Wahrscheinlichkeitsdichte benutzt wird. Und jetzt noch eine wichtige Sache am Ende. Der wichtige Unterschied, das sieht relativ gleich aus. Wir haben hier in beiden Fällen beim Würfel, bei der stetigen und bei der hier haben wir in beiden Fällen so einen Graph und der sieht auch irgendwie, wenn man hier denkt, das sieht ja eigentlich aus wie eine Kurve auch. Okay, sieht ja eigentlich ganz ähnlich aus. Wo man jetzt aber aufpassen muss, ist eine Sache und zwar, wenn wir hier beim Würfel alle von diesen Balken aufeinander addieren und dann, also das sind dann irgendwelche, hier sind irgendwelche, das ist ein Wert, das ist ein Wert und das ist ein Wert. Dann kommen wir drauf, dass das den Wert 1 hat. Alles addiert hat den Wert 1. Die Wahrscheinlichkeit 100%. Dass irgendeine Zahl fällt, ist 100%. Wenn man alle diese addiert, dann haben wir 100%. Bei der Kurve ist es jetzt anders. Dann macht man nicht, legt man nicht hier irgendwie das hier und das hier, addiert man das nicht. Nein, sondern hier geht es darum, dass die ganze Fläche unter der Kurve ist 1. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wenn wir einen Würfel haben, der zum Beispiel gezinkt ist, dann kann jetzt der Würfel sagen, dass die 1 fällt zu 100%. Also hier ist die 1 zum Beispiel, fällt also immer und die 2 fällt nie und die 3 fällt auch nie. Aber so ein Balken darf niemals höher als die 1 sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die 1 fällt, kann nicht 200% sein. Das geht nicht. Kann nicht 2 sein. Bei der Kurve hier ist es aber anders. Das geht schon. Man könnte jetzt zum Beispiel sowas machen. Sagen wir, hier ist die 1. Hier ist die 1. Dann kann die Kurve schon weit über die 1 gehen. So irgendwie in diesem Bereich. Das geht schon. Muss nicht 1 sein. Warum? Und das ist der wichtige Unterschied. Das sieht relativ gleich aus. Aber hier ist der Unterschied, weil die Fläche unter der Kurve, die darf nicht größer als 1 sein. Aber der eigentliche Wert, der darf schon größer als 1 sein. So, das soll es auch gewesen sein. Das war jetzt ein sehr kurzer Abriss. Wer das jetzt noch nicht verstanden hat, dem kann ich nur empfehlen, guckt euch einfach dieses Video an von Jörn Lovisczak. Zur Not einfach hier hingehen und nach Wahrscheinlichkeitsdichte suchen. Vielen Dank für's Schauen.